Willkommen meine lieben Freunde zu einem weiteren Part Pokemon Blaze Black Egglog Wir befinden uns hier im 13 Part Was war das jetzt? Ich habe nicht lange genug gedrückt anscheinend Im 13 Part immer noch in der Arena von Stratos City Und wir sind in Part 13 Leute Part 13 Ihr wisst was man über Part 13 sagt Es ist normalerweise ein Unglückspart Und ich habe tatsächlich sehr viel Angst vor dieser Arena Denn ich habe sehr oft sehr viel Schlimmes über diese Arena gehört Dass viele hier viele Monster verloren haben Oder generell die Challenge sogar hier verloren haben Verschiedene Let's Player die hier wirklich einfach versagt haben Und naja nach der Sache mit Alue muss ich echt vorsichtig rangehen Ich habe deswegen auch ein bisschen meine Pokemon trainiert Dark Zero und Wolf X sind auf Level 28 Wolf X war ich Wolf X Und hier Schlix ist auch noch Level 25 Die anderen habe ich nicht trainiert Weil die werden wahrscheinlich nicht allzu wichtig in diesem Match sein Also gegen den Arena Leiter Denn ihr seht Käferschwäche, Käferschwäche Und Belief kann sowieso nichts tanken Selbst wenn es keine Käferschwäche hat Deswegen ich glaube es ist gar nicht mal allzu blöd Und Schlix ist auch auf jeden Fall ein gutes Pokemon Also in dieser Arena zumindest Denn Käfer Attacken kann ich mit Rockside Äh Käfer Pokemon kann ich mit Rockside treffen Und vielleicht auch Flug Pokemon Käfer Flug gibt es ja auch einige Und generell nach einem Hochmoot Boost kann es denke ich mal durchsweepen Ich hoffe ja eher dass er noch ein Also dass mein Gegner Dass der Arena Leiter ein Einzelkampf ist Aber ich bin mir ziemlich sicher Dass wir jetzt nur noch Doppelkämpfe haben werden Als Arena Leiter Und das wird schwierig Doppelkämpfe sind generell schwieriger In diesem Spiel zumindest Denn die Doppelkämpfe sind so gut strukturiert Die haben ja so schlaue Pokemon teilweise reingemacht Also ich muss echt viel Angst haben Und okay hat er gerade Gena eingesetzt Habe ich es gerade richtig gesehen Da wechse ich dann doch lieber aus Auch wenn ich ein paar Boosts drin habe Da möchte ich dann doch lieber auswechseln In Dark Zero Sag ich einfach mal Und das sollte dann passen Ach naja auf jeden Fall Ich habe Angst Ich habe ganz viel Angst Und ich möchte einfach nicht Zu viele Mons verlieren Das ist mein Ziel Nicht zu viel verlieren Aber es ist ein bescheidenes Ziel Denn diese Challenge könnte auch hier tatsächlich enden Es kann sein Alles kann passieren in diesem Part Wirklich alles Naja auf jeden Fall würde ich sagen Werden wir noch die Frage des Videos Vom letzten Part beantworten Wie immer halt Und ich habe nebenbei auch ein paar Sachen gekauft Also ganzen Heil Items Feuerheiler Eisheiler Paraheiler Gegengift Einfach alles dann für alles Gegen alles irgendwas haben Weil ich habe wirklich Viel Angst Sehr sehr viel Angst Aber ich glaube auch berechtigt Ich glaube tatsächlich berechtigt Im normalen Spiel Ist diese Arena ziemlich leicht Aber ich glaube in diesem Spiel Ist sie sehr sehr schwer Naja auf jeden Fall Was ich sagen wollte Die Frage des Videos Vom letzten Part Boah ich hasse dich Ich hasse dich Ich hasse dich Wieso hat der Spore Ich muss einen Aufwecker einsetzen Wo haben wir denn Einen Aufwecker Status Restore Aufwecker Genau nebenbei habe ich die Term Blitz Als ich offscreen trainiert habe Versehen die ich mir geholt Weil ich in diesem Dunklen Gang gelaufen bin Wo Die ganzen Leute sind Die voll Blöd sind Also die ganzen Gangster Und dann bin ich an einem Vorbeigelaufen Der hat mir Blitz gegeben Also nur damit ihr Bescheid wisst Dass ich das nicht mehr machen muss Sondern ich habe das schon bekommen Wobei Yanmar Ist ja Ne er ist nicht schneller Rockside und Easy ist Oko of my life Weil vielfach effektiv Und so weiter Wobei ich Wenn ich gemisst hätte Wäre es gefährlich gewesen Tatsächlich Ich muss ein bisschen aufpassen Ich darf hier nicht Zu risky spielen Naja auf jeden Fall Was ich sagen wollte Die war die Frage des Videos Und zwar Welche Arena Findet ihr am kreativsten Gestaltet War die Frage des Videos Von letztem Part Und da Ist es schwierig Auch für mich zu beantworten Ich habe jetzt auch nur Ein paar kurze Zeit Darüber Mir Gedanken zu machen Ihr habt natürlich Ein bisschen mehr Zeit In den Kommentaren Oder während ihr das Video schaut Dann habt ihr ein bisschen Zeit Darüber nachzudenken Aber generell Also vom Design her Eine Arena Die mir sofort einfällt Ist die aus X und Y In der siebten Die siebte Arena War das glaube ich Die Psycho Arena Und die fand ich Ziemlich cool Vom Design her Also die hat mir wirklich gefallen Warte mal Den Scheiter muss ich noch betätigen Die hat mir wirklich sehr gefallen Also das war meiner Meinung nach Eines vom Design her Am besten gestaltete Arena Aber mit dem kreativsten Da kann man sich drüber streiten Ich finde aber auch die hier Zum Beispiel sehr kreativ Muss ich sagen Also eine interessante Idee Auf jeden Fall Mit dem ganzen Honig Und den Schaltern Und so weiter Und so fort Und bla Ich werde einmal Ganz los aufheilen gehen Aber jetzt vom Ding her Würde ich sagen Was ist meine Lieblings Arena Oder meine Also am liebsten Na also kreative Die am besten Designteste Arena Ist würde ich tatsächlich sagen Ist schwierig zu sagen Ich kann es gar nicht so spontan sagen Also was mir so im Kopf bleibt Ist die von Wiebke Aus der dritten Gen Die fand ich jetzt nicht Ultra kreativ Aber ich mochte die Arena Auch wenn es ein relativ einfaches Rätsel war Ich mochte einfach Wie das Rätsel gemacht wurde Es waren jetzt nicht einfach nur diese Türen Aber ich mochte die Also keine Ahnung Was ist mir im Kopf geblieben Oder auch das Eisrätsel Auch wieder jetzt nichts kreatives Nichts Neues Gab es ja auch schon vor Solche ähnlichen Eisrätsel Aber dennoch Fand ich das ziemlich cool Ebenso Was gab es sonst noch Es gab einfach generell In der dritten Gen Viele cooler Arena Aber es gab auch in den folgenden Gens Viele cooler Arena Deswegen Ja Jetzt habe ich ein paar genannt Die ich cool finde Aber am kreativsten Schwierig auch jetzt für mich zu sagen Wobei ich die Frage Als Videos überhaupt erstellt habe Aber Äh ja Ich muss es halt im Minimpart sagen Und das ist dann ein bisschen schwierig Komm ich hier noch irgendwie durch Nein wahrscheinlich nicht Dann speed ich einfach mal so durch Easy Okay Okay Den haben wir schon besiegt Was will der Okay der hat einfach nur irgendwas gelabert Und jetzt haben wir noch Artie Oder Archie oder so als Gegner Und ich habe Angst Haben wir jetzt einen Doppelkampf Ist die Frage Werden wir uns einen Doppelkampf vorbereiten Ich mache schon mal zur Sicherheit Eine Position für den Doppelkampf Falls er einen Doppelkampf hat Die Frage ist nur Womit leiden wir Ich glaube Wolf X ist nicht blöd Wolf X hat einen Fokusgurt Er hat Ausdauer Ist nicht blöd Selbst wenn er einen Flugkäfer Pokémon hat Ich habe auf jeden Fall einen Fokusgurt Das ist schon mal wichtig Omnivore kann Bedroher rausholen Deswegen möchte ich glaube ich sogar Mit Omnivore leiden Wobei Dark Zero und Sticks Auch keine schlechten Leads sind Aber mir gefällt Omnivore wegen des Bedrohers Falls er ein physisches Mon hat Mit dem er leadet Also wenn es ein Doppelkampf ist Dann wird Maginein mit dem Bedroher schon mal Den Angriff senken Und das kann hilfreich sein Aber wir schauen mal Was er so für uns hat Denn generell Flugattacken sind ja eher physisch Das heißt Wenn er einen Flugkäfer Pokémon hat Dann wird er eine physische Flugattacke haben Und deswegen ist es ganz gut Ein Bedroher rauszuholen Das war so meine Intention Hinter dem lead Mal gucken ob das schlau war Okay es ist ein Doppelkampf Wir sehen schon mal Und wir haben ein Maskeregen So wie ein Honweisel Das wird mir nicht gefallen Denn die Käferattacken Werden meinen Omnivore auf jeden Fall zerstören Das heißt ich wechsle sofort raus Instant Instant 100%ig Und ich drücke jetzt erstmal Oh nein auch noch Bedroher von Westby Queen Das gefällt mir gar nicht Weil Wolf X braucht natürlich den physischen Angriff Ich gehe jetzt trotzdem auf Smackdown Gegen Maskeregen tatsächlich Beide sind glaube ich vom Käferflugtypus Und ich gehe auf Dark Zero Denn beide haben vielleicht eine Flugattacke Deswegen kann ich schlinks nicht wirklich safe rein wechseln Also wechseln wir in Dark Zero Wobei mit einem Minus 1 Angriff Vielleicht Aber ist es auch unsicher Gut jetzt Er geht auf Skald Wieso geht er auf Skald Oh nein Skald Mit einem Burn Kein Burn Danke kein Burn Okay Wie viel macht der Smackdown Wie viel Es ist zwar vielfach effektiv Aber ist halt minus 1 Und so weiter Und Akrobatik Da haben wir an die Akrobatik Und wie viel Schaden macht die Nach dem Bedroher Nicht mehr allzu viel Das ist gut Das ist schon mal ganz gut Und ich würde sogar auf Ausdauer Jetzt tatsächlich gehen Oder gehe ich auf Ausdauer Ich glaube ich gehe auf Ausdauer Mit Wolf X Und ich gehe auf Iron Head Wobei nee der Sash wird dann aktiviert Nee das lohnt sich nicht Ich gehe auf Skald Warte mal Skald Es ist gefährlich Das ist alles sehr gefährlich Vielleicht möchte ich noch mal Ein Omnivor rein Ich glaube ich wechsle noch Ein Omnivor rein Hole noch mal Ein Bedroher raus Denn das könnte gefährlich werden Und ich setze Ein Supertrank Auf Dark Zero Ein Um Ihn schon mal wieder Voll zu heilen Weil Bedroher kann Ganz gut sein Wegen des Akrobatik Gedöns Da Was er da mit uns vor hat Vielleicht Und ich hoffe einfach mal Dass jetzt hier keine Käferattache kommt Aber es würde keinen Sinn ergeben Das würde keinen Sinn ergeben Ich setze Supertrank ein Ich glaube nämlich Jetzt kommt nämlich eine Ein Skald Attacke auf Dark Zero Und wahrscheinlich wieder Eine Akrobatik auf Omnivor Da kommt Skald Auf Omnivor Wieso auf Omnivor Das macht guten Schaden Und den Burn Bitte geh mit Akrobatik auf Dark Zero Sag mir bitte einfach Dass er diesen Play macht Bitte, 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 bitte Wieso setze Wieso Was für ein Sinn Dahinter Nein Omnivor ist gestorben Omnivor ist tot Nein Das kannst du mir nicht erzählen Das war kein blöder Play Einfach nur um den Bedroher rauszuholen Das kann mir niemand erzählen Ich wechsle jetzt in Schlicks Ich habe zwar Akrobatik gesehen Aber es ist jetzt bei minus 2 Und gehe auf den Rock Slide Denn es ist vierfacher effektiv Auf beide Es ist zwar ein Field Move Also wird es halbiert Die Stärke Aber dennoch Oh man Wieso Und Iron Head Auf Vespy Queen Rock Slide Es trifft Beide Wieso Nein Magnein ist tot Nein 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 Und Skald Da kommt der Skald Da kommt der Skald Bitte kein Burn Bitte gib mir kein Burn Bitte gib mir kein Burn Bitte bitte, bitte, bitte nicht Bitte nicht Da kommt der Burn Wieso kommt der Burn Dieses Spiel Es hasst mich so sehr Und da Iron Head Okay Vespy Queen ist weg Aber das ist egal Jetzt kommt noch ein stärkeres Mon wahrscheinlich rein Das war nur der Anfang Das waren die ersten zwei von sechs Monts Skolipede Wie bitte? Nein Ich verliere das Ich verliere das Level 30 Ich bin Keine Ahnung Ich weiß nicht Was ich machen soll Ich wechsle In Wolf X rein Und ich gehe auf Iron Head Gegen Skolipede Weil ich glaube Skolipede könnte gefährlicher sein Wenn er irgendwie Schwerthans oder so hat Und ich hab grad einfach nur noch Angst Ich hab einfach nur Angst Okay, komm schon Bitte Hyper Potion Das ist okay Das ist okay Ich setze ein Hyper Potion ein Gut, dass ich nicht auf Iron Head Gegen Maske ring gegangen bin Rock Climb Geht daneben Iron Head Setzt Macht guten Schaden Bitte Band Dankeschön Das macht guten Schaden Und er hat eine Citrobeere Das ist aber okay Damit kann ich leben Was heile ich auf? Ich glaube Wolf X Muss ich nicht aufheilen Ich gehe einfach auf eine Limonade Oder auf Ne Limonade Mit Äh Oh ne Wobei ich kann einfach Tafelwasser einsetzen Tafelwasser Tafelwasser Gegen Schlicks Es tut mir leid Ich bin so fertig Skolipede nochmal angreifen Maske ring ist nicht so ein großes Problem Wie Skolipede habe ich das Gefühl Megahorn Das ist resisted gegen Dingens Und das ist normal effektiv Gegen Dark Zero Macht guten Schaden Und da kommt der Skol Aber nicht auf Dark Zero Das war gut Das war wichtig Aber kein Burn Bitte kein Burn Dankeschön Kein Burn Und bitte reich jetzt nicht aus Iron Head Damit ich Dankeschön Damit ich mich aufheilen kann Gut, ich muss mich jetzt Denk ich mal mit Wolf X Aufheilen Mit einer Limonade Und ich muss Dark Zero Aufheilen mit einer Limonade Das ist ganz wichtig Bitte keinen Missklick jetzt hier Das würde mich so mad machen Dark Zero Wir haben Magnein verloren Ich habe Magnein so sehr So gern gehabt Magnein war so cool Magnein war so cool Magnein Du bist weg Oh nein Nein, diesen Reihen Wollte ich jetzt nicht extra machen Megahorn nochmal Bitte critte uns einfach nicht Dankeschön Icy Wind Das ist okay Damit kann ich leben Damit kann ich tatsächlich leben Und Ne Critical Hit on Wolf X Natürlich kommt hier jetzt ein Crit Egal Ist egal Okay Ich setze jetzt den Den Rock Climb Auf Skolipede ein Äh Smackdown Nicht Rock Climb Und ich setze Eine Limonade Auf Dark Zero Wobei Ist Dark Zero schneller als Ne ne Vor allem nach dem Drop nicht Ich hoffe einfach Dass er mich nicht crittet Ich glaube Megahorn kann critten Ich glaube das hat eine erhöhte Crit Chance Ich habe so viel Angst Aber ich kann auch nicht rauswechseln Es ist daneben gegangen Dankeschön Skull bitte keinen Burn Gib mir einfach keinen Burn Wobei Adrenalin Aber meint das ist okay Okay der Schaden war krass Gut dass ich keinen Burn bekommen habe Gut dass ich keinen Burn bekommen habe Smackdown das ist weg Aber wir haben gerade mal zwei Ones besiegt Ich möchte aber gerne Maske Wobei Maske ring hat diesen Skull Ist das Skull Vor dem habe ich so viel Angst Mit dem Burn Aber ich kann Vor den anderen Sachen habe ich noch mehr Angst Vor den Pokémon Die wahrscheinlich reinkommen können So Bulg Up Bulg Up ist eine coole Sache Aber ich brauche glaube ich Ausdauer Ausdauer kann zu wichtig sein In diesem Match Man sieht es ist alles so kritisch Ich habe da noch einen Fokus Aber trotzdem Der ist ja auch nicht intakt Deswegen Endure ist wichtig Bulg Up Verlernen Bulg Up Ja es tut mir so leid Dass ich auch irgendwie nicht wirklich Keine Ahnung Ich weiß nicht Es tut mir leid Dass ich Monst sterben lasse Aber naja es passiert halt Keep old moves Ja Ich das Dieses Spiel ist so schwer Das macht mich einfach psychisch fertig Jan Mega kommt rein Okay Jan Mega kommt rein Jan Mega gefällt mir das Ich weiß nicht Flugattacke und so Aber ich muss jetzt erstmal drin bleiben Wobei ich kann es so machen Ich mache den Play Wobei Das bringt mir auch nichts Limonade auf Wobei der erste Ersch besiegt mich Der erste Ersch besiegt mich Was habe ich denn für Für ein Switch in Ich habe keinen Switch in dagegen Ich muss Auf eine Limonade Warte mal Ich muss auf Ausdauer gehen Mit Wolf X Und dann gehe ich Nicht auf eine Limonade Mit Wolf X Sondern gehe einfach auf Iron Wobei ist das das schlauste Play Nein ich möchte lieber Wolf X Aufheilen Wobei dann kommt der Nein 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 Das ergibt keinen Sinn Iron Head Gegen Jan Mega noch Masquerain Ich glaube Masquerain Ich möchte erstmal Masquerain Wegbekommen Und er geht nämlich auf Protect Ja das wäre der beste Play So jetzt Endor Das ist okay Das ist okay Das heißt er kann mich nicht Ocon Und er geht wahrscheinlich Sowieso mit Squad Auf Dark Zero Oder mit Icy Wind Okay kein Problem Ich glaube aber jetzt Kommt der Sash Oder wird der Sash Jetzt aktiviert Ne wird nicht aktiviert Genau Nur weil ich habe Endor eingesetzt Und ich muss auf vollem KP sein Damit der Sash sich aktiviert Deswegen passt das Und jetzt gehe ich auf Iron Head Gegen das Ding Das ist gebanded Und das macht Guten Schaden Es ist nicht sehr effektiv Aber es war ein Crit Ja aber ich kann halt auch Nichts anderes drücken Da kommt der Speed Boost Okay Ich muss jetzt hier an dieser Stelle Auf einen Habe ich einen Hypertrank Fresh Water Ne 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 habe ich nicht Masquerain Ja mega Wenn du auf eine Flugattacke Gegen Wolf X gehst Ist es weg Muss ich Belief opfern Ich glaube schon Ich glaube sogar tatsächlich Dass ich Belief opfern muss Nein das kann ich nicht machen Timmy 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 Du kannst auch nichts tanken Aber ich könnte mit Timmy reinkommen Kann es eine Flugattacke tanken Aber wenn eine Kiewattacke kommt Dann ist alles verloren Ähm Und Endor geht nicht jeden Move Jede Runde kann ich Nicht einsetzen Das sinkt dann immer Um 50% die Wahrscheinlichkeit Oder so Also man hat jetzt In der nächsten Runde Noch eine 50% die Wahrscheinlichkeit Dass es durchkommt Wie Schutzschild glaube ich Ich gehe glaube ich auf Limonade mit Wolf X Und töte Ne ich Jan Mega oder Maske Ring Ich muss mal Maske Ring Erstmal besiegen Maske Ring mit dem Skull Das macht mir einfach viel zu viel Angst So Wolf X bitte Du tankst ein Air Stash Ich glaube nicht Oder kommt überhaupt ein Air Stash Es kommt ein Air Stash Ja es kommt ein Air Stash Und du tankst das Du tankst das Du tankst das Du tankst das Nicht Da kommt der Silver Wind Ich habe Wolf X verloren Ich habe Wolf X verloren Wolf X war so gut Es war so gut Okay warte mal Was machen wir jetzt hier Jan Mega Jan Mega Zerstör einfach mein Team Zerstört mein komplettes Team Ich muss Timmy rein wechseln Und Ice Shard Und Ah Lear Vanny Das macht es auch nicht besser Oh Dieses Dieses Spiel ist viel zu schwer Es ist zu schwer Ich hätte mich auf Level 35 leveln müssen Oder so Keine Ahnung Was sie von mir wollen Ice Punch Jan Mega Hat eine Käferattacke Wahrscheinlich Ich muss auf Ice Punch Wobei ich kann auch auf Ice Shard gehen Weil Ice Shard macht zu wenig Schaden Ich gehe auf Ice Punch Gegen Jan Mega Und hoffe einfach Dass er keine Käferattacke hat Und ich gehe auf Iron Head Ne ich muss mich aufheilen Wobei Er kann mich nicht wirklich effektiv treffen Ich gehe lieber auf Iron Head Gegen Lear Vanny Bitte U-Turn U-Turn Es ist nicht sehr Es ist sehr effektiv Aber es macht nicht allzu viel Schaden Bitte sagen Ja dankeschön Okay Es war okay der Schaden Es war okay Es war okay Komm schon Was bringt mir der Ice Punch Heracross Heracross ist glaube ich okay Das wird es gut treffen Ice Punch Mach bitte guten Schaden Mach einen Freeze Mach einfach irgendwas Mit dem Heracross Exzessor Exzessor geht darauf Perfekt Okay kein Crit Iron Head Komm 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 Mach Schaden Mach Schaden Es macht einfach alles viel zu wenig Ist Heracross gescaven? Nein glaube ich nicht Ice Punch Es flame orbt Wie bitte? Okay Adrenalin Aber ich bin schneller Ich bin schneller Aber irgendwas wird jetzt hier sterben Irgendwas wird jetzt hier sterben Außer er geht auf Dark Zero Warte mal Wenn er auf Dark Zero geht Dann wird es nicht sterben Wenn er auf Timmy geht Wird er sterben Das ist ein 50-50 Das heißt wenn er jetzt mit Matrifol Auf Dark Zero geht Dann ist alles gut Weil ich jetzt eine Limonade Auf Dark Zero reinsetzen werde Und mit Timmy werde ich auf Ice Punch Gegen Heracross Das ist glaube ich der schlauste Play Ich muss einfach hoffen Dass er nicht Mein WeVile Angreift Wenn doch Dann habe ich ein Problem Aber ich kann das halt auch nicht predikten Das ist das Problem Das kann man nicht predikten Die sind so random Die Computer Okay Ich mache es jetzt einfach Ich überlege nicht Ich werde jetzt kommentarlos hier stehen Und einfach warten Einfach warten So es gab nochmal einen kurzen Schnitt Aber egal Limonade Da kommt die Limonade Und Ice Punch Sag mir bitte einfach Erstmal dass das reicht Wie es reicht auf einmal nicht Minroll oder so Okay es reicht Und jetzt sag mir einfach Dass er mit Axel so auf Dark Zero geht Bitte Bitte spiel Sag einmal lieb zu mir Bitte 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 Oder geh auf Kleben jetzt Oder auf irgendwas Hauptsache du tötest nicht Timmy Bitte Bitte Ich muss A drücken Äh Grass Whistle Grass Whistle geht daneben Und jetzt gegen Dark Zero eingesetzt Das ist die Chance Das ist jetzt die Chance Okay 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 Spielen wir schlau Was haben wir noch Wir haben Schlicks Was von dem Airstage Einfach geocode wird Wir haben Believe Was nicht stankt Er hat noch zwei Mons Diese beiden Mons Ich setze jetzt Weil ich glaube er wird auf Protect gehen Ah man echt Ich setze jetzt noch eine Limonade ein Weil er hat glaube ich Keinen Bug Bust oder so Also keine New Turn ist glaube ich Sein stärkester Move Das ist okay Das ist gut so Und wir gehen jetzt Wobei Exzessor ist ein Problem Ich muss trotzdem mit Ironhead Denk ich mal auf Lil Vanny gehen Oder ich mach es anders Andersrum 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 Wir gehen auf Ice Punch Gegen Lil Vanny Und Limonade setzen wir auf Timmy ein Weil Timmy ist schneller Als Lil Vanny Das heißt Also als Matrifol Das heißt es kann es O-Cone Und dann Muss ich einfach hoffen Dass er nicht mit U-Turn Critted oder jetzt auf einmal Doch eine stärkere Käferattacke hat Ice Punch Triff gegen dir Vanny Und Das sollte O-Cone Es ist weg Okay warte kurz Warte kurz Was macht Jan Mega Es ist nicht auf Schutzschild gegangen Das haben wir gesehen Es ist nicht auf Schutzschild gegangen Was setzt es ein Setzt es eine U-Turn ein Auf Timmy Icy Wind Nee 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 Nein alles gut Timmy will es nur lernen Wir wollen alle Attacken beibeheilen Icy Wind ist speziell Okay 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 Darks Europe bekommt Erfahrungspunkte U-Turn U-Turn ist okay Solange er mich nicht crittet Wir haben gesehen Der Schaden ist okay Solange er mich nicht crittet Er crittet mich nicht Und dann kommt der Speedboost Gut Jetzt müssen wir schlau spielen Wobei Wenn er hier nur Die Käferattacke einsetzt Ich kann auch auf Belief gehen Aber Belief tankt das nicht Und Timmy ist aber wichtiger Als Belief Weil wenn er Wenn er Timmy crittet Dann ist Timmy weg Wenn er auf Belief U-Turn einsetzt Dann bringt das nichts Ich glaube ich mach so Belief setzen wir ein Und Dark Zero Iron Head Und wir flinchen ihn Auch wenn er schneller ist Ist mir jetzt egal Er geht jetzt auf die U-Turn Er muss auf die U-Turn gehen Und ich setze Eisenschädel ein Und das crittet ihn Und Jan Mega ist tot Das ist der Plan Signal Beam Noch besser Das hätte uns glaube ich nämlich getötet Besser Viel besser Viel viel besser Verwirrung ist uns egal Wir setzen sowieso nur noch Mit Belief Limonaden ein Iron Head bitte Mach einfach Schaden Mach über die Hälfte Du machst über die Hälfte Da kommt der Speedboost Ist egal Solange nicht Mit Air-Stash Kann ein Air-Stash uns killen Ich glaube schon Ich muss einfach jetzt hoffen Dass er uns nicht killt Dann kann Belief das auch überleben Okay wir setzen jetzt Wir setzen jetzt Iron Head ein Auf Jan Mega Und Was macht es Was macht es Was macht es Wir kommen mit einem Air-Stash Und Air-Stash kommt Das tankst du Belief Das tankst du Du tankst es Iron Head Geh durch Jan Mega ist down Jan Mega ist down Wir haben nur zwei Mons verloren Nur zwei Mons Wow Dieser Kampf Wir haben Archie besiegt Und es tut mir so leid Für meine Kameraden Magnin Und Wolf X Zuminein Omni Wolf X Ja oh I lost Ich hasse dich trotzdem Wir haben den Den Arena Ich kann nicht sprechen Ich kann nicht mehr sprechen Ich werde diesen Part auch gleich hier beenden Das war es für mich Ich bin Fertig Ich bin mit den Nerven am Ende Dieser Kampf War zu viel für mich Ich weiß Ich weiß U-Turn Okay ist ein guter Move Ich weiß einfach nicht Das Gute ist Dark Zero hat überlebt Weaver hat überlebt Und Heracross Kann auch ein gutes Team mit dir sein Aber ich hätte so gerne Streepoli gehabt Streepoli War so eine coole Sache Ich werde mir auch den Fokusgurt Von ihm jetzt klauen Das darf ich auch machen Fokusgurt Weil Fokusgurt Kann eine wichtige Sache sein Aber Streepoli Streepoli war so cool Ich hätte so gerne Meisterhift gehabt Es ist einfach So ein bulkiges Mon Und Der Excursiver Ja Ist mir jetzt sowas von egal Dass der jetzt noch kommt Bla Wir wollen kämpfen Wahrscheinlich Ich will wahrscheinlich irgendwas Wegen kämpfen sagen Oder so Ja see you later Wahrscheinlich will die kämpfen Ich kann mich daran erinnern Dass sie noch einen Kampf will Kurz Kurz bevor wir rausgehen Oder so aus der Stadt Dann kann ich mich noch Tatsächlich erinnern Oh man echt Ich heile jetzt meine Mons auf Und dann Wende ich den Part Wir werden noch kurz Die beiden begraben Denn das ist das Mindeste was wir tun können Aber Omnivor Nein Omnivor Wieso Omnivor war so cool Es ist momentan Ich habe es danach In den letzten Parts Jetzt nicht mehr so krass benutzt Aber dennoch Omnivor war cool Es war super cool So wir bewegen Die Pokémon In ihren Tod In ihren Tod Auf ihrem Friedhof Sie haben es verdient Friedhof ist hier Sie haben eine Bestattung verdient Als erstes Omnivor gestorben Mit dem Expert Gebild War ziemlich cool Ziemlich ziemlich cool Und danach Ist Wolf X gestorben Ich glaube zumindest In der Reihenfolge war das Ich habe schon wieder vergessen Das ist einfach Ich bin so ein Trottel Ich werde mal die Items Hier glaube ich sogar von allen holen Der hat kein Item mehr Der hat kein Item King's Rock Der hat auch ein King's Rock Rock gehabt Stimmt Dann holen wir uns den einmal Ganz kurz Und Everstone Holen wir den auch Und einfach mal Wir holen uns Experten Gurt Und wir holen uns Den Focus Gurt Sechs tote Mons Insgesamt schon Das heißt ein komplettes Team Ist sozusagen tot Und wir haben noch vier Mons Ich muss trainieren Belief muss gelevelt werden Aber Belief ist so schwierig Zu leveln Leute Und wir müssen wahrscheinlich Im nächsten Part Gegen Bianca kämpfen Ich werde sowas von trainieren Wenn ich mich überlevel Ist mir sowas von egal Weil die Levelkurve Ist hier so extrem hoch So extrem hoch Ihr habt es gesehen Level 30 Waren die stärksten Mons Ich hatte kein einziges Auf Level 30 Naja ich hoffe euch Hat es der Part Viel Spaß bereitet Und unterhalten Wenn ja Will ich mich über eine Positive Bewertung freuen Wir haben schon wieder Zwei Mons verloren Bis zum nächsten Mal Und ciao